Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 mit dem Gekko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben, haben den komischen Salamander jetzt endlich gepackt nach einer mittelgroßen Level-Session auf Twitch. Und jetzt müsste es ja in der Donnerstippe ruhig sein, das heißt wir können jetzt unser Konzert geben. Und wir können sogar raus, sehr gut. So. Auf geht's! Ah, da ist die Zelsius! So, Mission abgeschlossen. Wahrscheinlich geht's jetzt direkt im Anschluss los. Oh. Ähm. Brüderchen. Jetzt tu nicht so, du musst ja nicht da vorne stehen und singen. Okay. Okay. Okay Shinra, was sagst du denn? Okay So, hier können wir eh nichts mehr machen Das heißt So, wir müssen hier jetzt durch Ja, speichern können wir danach Haben wir alles Ey Hallöle Warten werden wir bis Schiff auftaucht Noch kein Eintritt erlaubt Ah, ich kann noch nicht Jetzt muss ich mal gucken Maschinenraum dürfte noch nichts sein Es hat noch kein neues Kapitel angefangen Das heißt, die So, Hallöle Ähm, haben wir was Tolles zum Kaufen? Eigentlich nicht wirklich Arigat Arigat Oh, ja Tut mal leid, ich hab dich abgewürgt Es gibt frische Blumen Und da haben sie dann sogar hinten dann die Sieht man überall die Donnerstippe Das ist cool gemacht Also das finde ich jetzt echt cool So, okay Aber hier ist nix Müssen wir jetzt einen Chef noch finden zuerst Oder was Bevor es aufs Außendeck geht Jetzt wollen wir erstmal noch in den Maschinenraum Ich will einfach nur sicher gehen Dass wir nix vergessen hier Und hopp Ne, Truhen sind alle leer So wie es sich gehört Ich frag mich aber immer noch Was hier unten wohl ist Hier war noch nix Seit wir da sind So, okay Aber hier ist So, dann müssen wir wohl doch nochmal auf die Brücke Wo ist Tobli? 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 Wie verhalten sich die Zuschauer Ich weiß es nicht Hohlbleiben Wir können nur beten Dass du sie mit deinem Gesang besänftigen kannst Ja Brüder schön Geh, Juna Fesle, Spieger Ja, das machen wir dann Ah, das müssen wir tun Was ist denn los? Leute, wir müssen loslegen Mal so langsam Mal so langsam Wir sollten was tun, Leute. Ganz dringend. Ah, da ist er ja, der Tobli. So. So, hallo, Tobli. So, guck mal. So, da ich eh nichts besseres zu tun habe, würde ich sagen, lassen wir das Konzert steigen, bevor die hier noch anfangen, komische Sachen zu machen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Oh, die legen sich immer noch so in den Haaren. Wir sollten jetzt echt mal gucken, dass wir hier jetzt mal zu Rande kommen und so. Wir sollten jetzt eigentlich nur die Yuna umgezogen. Also, ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt. Das war das Spirat, der Spirat, der Spirat war. Das war Spirat, der Spirat. Das Spirat, der Spirat wurde. Aber wir sind, Spirat, der Spirat war. Spirat, der Spirat war. Spirat wurde sehr明lisch. Ich will nicht diese光. Hey, alle? Ich habe viele Menschen. Ich habe die Gedanken, die alle anderen denken. Ich habe die Zeit überrascht. Ich bin mein Herz. So, es ist Liedzeit. Ich hoffe, dass mal das, ähm, der Konnet-ID-Treffer nicht zu übel ausfällt. Aber ich will das reinquatschen. So, es ist Liedzeit. 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 So, es Liedzeit. So, es ist Liedzeit. So, auf zur Brücke. Da wird es weitergehen. Die Maschinen raus mit Sicherheit nichts mehr. Würde mich wundern. So, speichern können wir später. So, wenn man etwas Qumet hat, dann könnte es auch mal cool. Man wenn manый Pfeifur ist. Es gibt keine Wurzinger. Ja, Menschen haben sich das Gefühl, der sie schützt. Die Säme und die Kunde verleichteten. Aber das Kunde verletzten heißt, und die Schmerz. Ich habe auch Verlust geführt. Oh! Das war er. Aber auch der Kanzler wurde, dass der Kanzler und den Kampf umgevragen wurde. Aber es ist alles, dass ich mir keine Kanzler verletzen konnte, zu schnauwte, dass ich keine Kanzler hatte. Ich glaube, dass ich einen kleinen Kanzler war. Das ist der Kanzler? So, ich weiß nicht, dass ich den Namen habe, dass ich noch keine Ahnung habe. Aber er hat sich, dass er die Angelegenheit für die Angelegenheit verletzt. Aber... ... ... ... ... ... So, so, okay? Ich habe keine Ahnung, dass ich sie nicht mehr so verletzt. Ich verstehe, dass ich das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass ich so gemacht habe. Ich habe mich unbedingt darauf, wie ich mich für die Hilfe für die Hilfe zu helfen. Ich war sehr glücklich. Es war so sehr, dass ich mich so verletzt. Ich habe es nur das, dass ich es so verletzt. Ich habe auch auch das, was ich so verletzt. Das erinnert uns doch an was. Oh, die hatte ich ja ganz vergessen. Oh je, was wollen die denn schon bitte? Vor zwei Jahren, ich war... Richtige Holzsüße, ja, ja. Die wichtigsten Dinge werden meistens nicht verstanden. Ich weiß, aber ich will mir das nicht eingestehen. So. Die Leblanc-Bande. Sollen wir sie ignorieren? Ich glaube nicht, dass wir das können. Juna's Gesang war richtig spitze, ja. Und jetzt rennt der Carnival so rum wie die ganze Zeit. Oh, Entschuldigung. Hey, hackt's dir! Ja, aber das ist vielleicht eine. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay, wir haben einen Plan. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja das, was wir jetzt machen. Und... Ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Wie kann man sich das? Wenn ich mich sehr interessiert habe, ist das hier drin? Das ist das Wichtigste. Was ist das Wichtigste? Wenn ich mich so gerne will, dann will ich direkt gehen. Ich bin, was ich? Für mich. Aber... Ich möchte mit dem Schüin sprechen. Ich möchte mich mit dem Schüin erzählen. Ich weiß, dass ich mich sicher will. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Es ist schwer, wenn ich zu sprechen und zu sprechen. Wenn ich mich aus dem Gehen fliehen kann, dann kann ich mich aus dem Gehen fliehen. Jetzt sind wir drei Leute! Okay, Kamo-Megang! Gehen Sie! Gehen Sie! Okay, in welches drauf suchen wir uns dann aus? Die haben wir den hier. Jetzt springen wir einfach in das fette Loch da rein. So, dann haben wir die Donnerstab jetzt auch hinter uns gelassen. Kapitel 4 abgeschlossen. Möwenpack erhält Monstergeschichtenbonus. Bis hierhin speichern. Ja, bitte. So, 44%. Dann würde ich sagen, machen wir hier jetzt in der nächsten Folge weiter. Und schauen mal, wohin uns Kapitel 5 führen wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!